Ein zu viel. Die darfst du auch ruhig behalten, weil ich will nicht wieder was im Inventar haben. Okay, also wir haben jetzt Explosives. Wir haben die roten Engines oben, wir haben Wasser oben, wir haben alles oben. Brennstoffblöcke brauchen wir nicht direkt. Oh, wir brauchen Boiler. Für unsere neue Basis brauchen wir auch Boiler. Und zwar hätte ich da gerne die großen Boiler, weil man da viel mehr reintun kann. Also bau bitte drei reichen auf jeden Fall. Eigentlich wird einer reichen, aber bau drei Boiler, damit wir mehr Zeug reinschmeißen können. So, steigt er ein. Und wir fahren hoch. Also wir haben Boiler, wir haben Steam Engines, wir haben Akkus, wir haben Mauern, wir haben Türme. Wir haben nicht genug davon. Die baue ich jetzt. Wir werden nicht genug Schienen haben, um bis da ganz hinzukommen. Kisten haben wir genug. Ne, wir haben keine Stahlkisten mehr. Bau bitte Stahlkisten. Fünf Stück, ist okay. Vorerst. Zumal die ganzen Stahlkisten oben von der Bahnstation weggebaut werden. Ist okay. So, wir sind schon da. Licht. Baulicht. So. Jetzt sagt mir nicht, dass es gerade wieder Abend wird. Das ist schlechtes Timing. Gucken, ob ich noch ein bisschen was gebaut kriege. Und das lasse ich jetzt offen, weil ich denke, damit keine durchkommen so schnell. Also geh hoch. Ah. Ich, ja. Wer es nicht im Kopf hat, hat es in den Beinen. Oder in der Gehhilfe. So. Wir wollten doch eigentlich da oben diese Sprengding bauen. Deswegen war die ganze Aktion doch hier. Ja. Da rum, da rum, da rum, da rum. Da lang. So, du bekommst Springzeug. Oh, ist mein Springzeug. Da. Massive internal pressure buildup creates a huge explosion throwing land out of the way. Also jetzt macht bumm und wir haben ein Loch mit Wasser. Was wahrscheinlich nur so groß sein wird. Aber für ein, zwei Pumpen sollte es reichen. So. Jetzt darfst du loslaufen. Und zwar da in die Mitte. Durch mit doppelter Geschwindigkeit. Da in die Mitte. Und da setzt du das Sprengding. Und springst dich hoffentlich nicht selber in die Luft. Das wäre nicht so schön. So. Einfach. Abspeichern. Springding. Du brauchst Strom. Ach. Ah, ich habe keinen Kupfer. Okay. Gib. Ich kann keine großen Überlandleitungen bauen. Weil ich kein. Ja. Dann machen wir jetzt eine lange. Zweite Geschwindigkeit. Ich lasse mich nicht entmutigen. Einfache Geschwindigkeit. Ich baue jetzt einfach eine Überlandleitung. Aus den ganz normalen. Achso. Gedrückt halten. Nein. Das war Schiff. Das war falsch. Sollte doch eigentlich gehen. Alt. Ah. Alt war das. Also alt gedrückt halten. Recht am Austausch gedrückt halten. Einfach gehen. Dann baut das im maximalen Abstand. Und gut, dass es das gibt. Sonst wäre es jetzt noch nerviger als vorher. Wo ist das doofe Ding? Warum liegen da? Probine auf dem Boden. So. Dann kannst du auch gleich mal Licht hier machen. Damit wir uns die Show besser angucken können. Und weg. Ah. Okay. Es lädt sich jetzt gerade auf. Ich scrolle mal raus und gehe in Deckung. Oh. Dahinter ist ein Stein. So. Ja. Also ich finde es komisch, dass das Ding Strom braucht. Wobei es auch ein bisschen Sinn macht. Normaler Sprengstoff braucht ja auch einen Auslöser. Einen Zünder. Wenn das Ding aber gleich explodiert. Das fängt schon an zu dampfen. Sehr cool. Wenn es gleich explodiert, wird es wahrscheinlich das Ding da mitnehmen. Mal gucken. Drei. Zwei. Eins. Das war laut. Wir haben Wasser. Und ich habe die Sachen nicht mitgenommen, die ich hier aufbauen wollte. Lauf. Einfachgeschwindigkeit. Setz hier mal Licht unterwegs. Damit die Beißer wissen, wo sie lange laufen müssen. Nicht alle. So. Oh ja. Sehr schickes Ding. Überall liegen die Zahnräder rum und so. Und es ist tierisch laut gewesen. Genauso muss das sein. Oh. Hier fiel, glaube ich, ein Fließband. Mal. Du bist leer. Ja. Klappt noch. Okay. Ähm. Da. Die Sachen wollten wir mitnehmen. Genau. Ganz viele Mauern. Mauern, 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 Mauern. Schienen. Kaum noch Platz. Ja. Okay. Das können wir jetzt zumachen. Weil ich werde jetzt eine Weile beschäftigt sein. Ich werde ja... Oh. Ich werde jetzt den ganzen Grundstock legen für die Erz 2 Basis da. So. Hier geht das raus. Tum, 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 tum. So. Das heißt, für die Bahn wird es kein wirklich großartiger Unterschied sein. Ich werde einfach ein Stückchen weiter und gut ist. Und hier kommt dann irgendwann eine Kurve nach oben. Und das sollte dann auch reichen. Naja. Etwas längere Kurve. Also man kann ja auch die Schienen schräg bauen. Das wurde auch schon erwähnt. Ähm. Hier auf dem Weg zu Erz 1. Was hatte ich irgendwie ignoriert. Also ich könnte ja einfach die Schienen hier durchgehend. So bauen. Obwohl ich das irgendwie ein bisschen komisch finde. Könnten wir das auch so machen. Ich kann allerdings nicht. Erst gerade bauen und dann schräg. Ich demonstriere gleich. Ich werde nicht so machen können. Sieht man aber auch, ne? Ja. Also wir müssen das mit einer Kurve machen und dann einen Übergang zu so einer Schräge. So. Hm. Ja, wo wird die Mauer sein? Strom. Boah. Wir haben viel zu wenig von den Dingern. Aber alles Schritt für Schritt. Erstmal brauchen wir einfach nur eine Pumpe. Für Wasser. Ne, nicht Tee. In welche Richtung lassen wir das Ganze laufen? Wo haben wir mehr Platz? Genau hier in der Mitte eigentlich, ne? Also von oben kommt Erz, von unten kommt Erz. Und hier links ist dann wahrscheinlich Schmelzöfen und Bahnhof. Vielleicht sollte das hier nach unten laufen lassen. So. Du kannst weg. Die können weg. Das kaputte Ding stellen wir mal. Ja, wenn die... Ja, ne. Das bringt alles später nicht. Die werden ja alles später abgerissen. Deswegen soll ich mich gar nicht erst an denen orientieren. Weil da, wo sie jetzt gerade Strom herbekommen, das gibt es nicht mehr in 10 Folgen. Das wird komplett von Robotern abgebaut. So, du. Du bekommst jetzt dreckiges Wasser. Da ist wieder ein Ausgang. Da kommt jetzt ein Splitter. Und dann geht einmal dreckiges Wasser direkt in einen Steam Engine. Äh, Quatsch, in einen Boiler. So. Und danach in einen Steam Engine MK2. So. Und dann geht das hier einmal runter. Geht in eine Fabrik. Du stellst bitte her. Ohne Nebenprodukte. Ja, ohne Nebenprodukte. Ohne Nebenprodukte Wasser. Und tust es dann in zwei Boiler. Und tust es dann in zwei Steam Engines. Sieht jetzt nicht so schön aus, aber... Ähm... Also ja, jetzt wo die... Also... So. Jetzt wo diese Außenposten eh nur wirklich sehr temporär sind. Also für gerade mal 20 Folgen oder so. Habe ich da auch keine Hemmungen. Die mal ruhig ein bisschen hässlicher und unsymmetrisch und was weiß ich zu bauen. So. Kohle, äh, Holz kannst du auch noch verballern. Genau. Das heißt, wir haben jetzt schon mal Strom. Das ist sehr gut. Wir können also die Akkus auch gleich irgendwo hierhin klatschen. Dann brauchen wir jetzt die Mining-Anlage selber. Also eigentlich bräuchten wir erstmal die Türme. Damit, falls jetzt schon Angriff kommt, wir überhaupt Schutz haben. So. Wollen wir alles verteidigen. Also auch die Mining-Drills selber. Ähm... Falls die angegriffen werden sollten. Die Mining-Drills selber kosten fast gar nichts. Die Ressourcen sind zu dem Zeitpunkt eh schon wegtransportiert. Wir können alles von Robotern neu aufbauen lassen, wenn wir es wollen. Ähm... Die Module gehen kaputt. Das ist teilweise teuer. Ja, ich glaube, ich versuche mal, die Anlage selber auch komplett mit einzubeziehen. Was denn wirklich schweineteuer wird, aber mal gucken. Also, das hier wird unsere Außenwand. 1, 2 Abstand. Mauer. Mauer, 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 Mauer. Könnte ich theoretisch auch wieder für den Robotern setzen lassen, ne? Aber dann bräuchten wir hier mehrere Roboports und genug Strom für die Roboports und so weiter. Was ich als nächstes brauche für den nächsten Trip, den wir jetzt gleich machen werden müssen, ist Kupfer. Für ganz viele von den Strommasten. Weil, ne? Hier müssen wir überall einmal rum Strom haben für die ganzen Türme. Und auch hier schon für die ersten Mining Drills, die ich eigentlich jetzt schon ganz gerne anwerfen wollen würde. Damit, während ich jetzt am Hin und Her laufen bin und da am Abbauen, hier am Aufbauen, Ressourcen holen und so weiter, dass in der ganzen Zeit über hier schon zumindest das Erz abgebaut wird. Und das heißt, wie kriegen wir das am besten hin? Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Also ihr macht jetzt links rauf und ihr macht rechts rauf. Und dann geht das darum, darum und hier hinten zu den Schmelzhöfen. Da oben das Ganze nochmal. Eventuell mal so retappenweise. Also ich bunkre jetzt erstmal nur das Stückchen hier ein. Bau da das ganze Erz ab. Wenn das ganze Erz hier weg ist, reißen wir mit den Robotern die ganzen Türme und die Mauern ab. Machen hier neu zu, neu Mauern hin. Und erweitern dann alles nach oben. Das klingt sehr gut. Sehr, sehr gut sogar. Okay, wieder Zeit gespart. Und da wir jetzt noch keine Schmelzöfen hier haben, richtig? Ich habe eine Steel Furnace. Haben wir ja die Möglichkeit schnell Schmelzöfen zu bauen? Nein. Okay, da wir nicht schnell Schmelzöfen bauen können, kommen hier Kisten hin. Die Kisten schnappen sich das Erz. Die haben keinen Strom. Haben wir ja hier. Da. Gib mir Licht. Gib mir Mast. Gib mir Mast. Gib mir Mast. Gib mir Licht. So. Mann, 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 Mann. Und die stehen hier genau falsch, ne? Ja, natürlich. So. Wusch, 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 wusch. Du bekommst Licht. Hier oben kommt auch nochmal Licht hin. Hier bekommt auch Licht. So. Sehr gut. Noch eine Kiste. Mehr Ärmchen. Mehr Kisten. Schlaggisten? Schlaggisten. So. Haken, den ich jetzt schon sehe. Wenn wir jetzt angegriffen werden würden. Was ja nicht so super unwahrscheinlich ist. Und die Kisten würden angegriffen. Dann wären die Kisten kaputt und der Inhalt wäre weg. Das hatten wir ja auch schon bei den Edelsteingeschichten. Apropos Edelsteine. Die sind direkt da dran. Ah, ist ja auch geil. Okay. Ähm. Das heißt, Fünferverteidigung hier. Mauern auch hier schon bauen. Eins, zwei, drei. So. Da hoch. Gut. Nächste Folge. Nächste Folge laufen wir zurück zu Erz 1. Schauen nach am Rechten. Bauen eventuell die Drills ab, die inzwischen leer gelaufen sind. Warten auf den Zug. Springen auf den Zug. Fahren mit dem Zug zurück zur Heimat. Und werden dann dort die Ressourcen einpacken, die wir jetzt hier brauchen. Also primär würde ich sagen Stahl, Kupfer, Brennstoffblöcke. Wir sollten es unbedingt hier so machen, dass... Na, die können schon gar nicht mehr automatisch befüllt werden. Aber sollte auf jeden Fall immer genug Brennstoff da sein, damit die schön lange arbeiten können. Doppelmauer. Also Kupfer ist Priorität. Ähm. Ich gucke gerade wegen Smog. Ja, ne. Toospeak Module rein. Also ja, rosa Module wären eigentlich besser. Aber dann kommen zu viele Gegner. Und wir können momentan uns nicht zu viele Gegner leisten. Also alles in die Truhen rein. Ist okay. Noch eine Nachricht an den Gerogon der Zukunft. Ähm. Bring nochmal Steine mit. Dann kannst du nämlich... ...noch genug Rails bauen, damit wir hier hochkommen. Brech die mal ab. Und bau davon noch einen. Genau. Dann können wir nämlich von hier aus das schon mal erweitern. Bis hier hin. Denn wenn wir den Bahnhof schon mal planen können. Damit wir auch wirklich wissen, wo die ganzen Mauern und die ganzen Türme überhaupt hin sollen. Momentan mache ich ja nur da die Mauern und Türme. Wo ich auch weiß, dass später was stehen wird. Ähm. Ja. Also dann bis gleich, wo wir die ganzen Hin und Her Aktionen machen. Bis denne. Aber ist der Pause. Tschüss. biходит. Vielen Dank.